Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne Krüsaora Fuscesens vorstellen, diese Qualle wird umgangssprachlich auch pazifische Kompassqualle genannt und ist eine Schirmqualle aus der Ordnung der Fahnenquallen. Sie ernähren sich von kleinen Fischen, Quallen und Zooplankton. Zu finden ist die giftige Qualle im Golf von Mexiko, im Ostpazifik und den USA. Das Nesselgift kann bei Menschenhautreizungen und Kreislaufbeschwerden hervorrufen. Sie hat einen Schirmdurchmesser von maximal 30 cm. In Deutschland ist diese goldbraune Qualle mit einem rötlichen Farbton unter anderem im Zoo Aquarium Berlin zu bestaunen.